Wir machen jetzt weiter auf der Position Nummer 6 mit einem Raketenset von Nico. Das ist bei uns neu im Shop, allerdings ist es glaube ich schon voriges Jahr auf den Markt gekommen tatsächlich. Aber Sie wissen ja, es hat etwas schlecht ausgeschaut die letzten zwei Jahre mit dem Verkauf, mit der Abgabe von Silvester Feuerwerk. Deshalb stellen wir es jetzt vor, das Raketensortiment Bang & Scream. So, da ist der Name der Hase auf dem Programm, das ist ja, so vor allem. Es kann was, ne? Bang and scream, noch mehr. Ja, gut, das war das Echo von da hinten. Bang and scream.